Hallo mein Peli-Schatzi-Bär. Na du Süßbär. So. Oh, wer kuschelt denn da so süß? Seid ihr gerade im Kuschel-Modus? Oje. Hoppala, da hat es gerumst hinter mir. Knödi, alles gut? Knödi ist abgestiegen. So mein Schatzi-Bär. Oh, da wird jemand wach. Das müssen wir gleich ausnutzen. Und das sehe ich schon, das ist das Pesi. So, Pesi-Mausebein. Oja, ich nehme hier mal das Ästlein ein bisschen weg. Gott, ihr müden Mäuse. Hallo. Erstmal muss ich, ja, erstmal Peli-Krappel-Einheiten kriegen. Oh mein Schatzi-Bär. Weltbeste Peli-Mama. Ganz toll. So. Gina, kommt mal schnell die Zwerge kurz mal klauen und mal wiegen. Oh, ist das ein Riesending schon geworden. Was pumpt ihr denn da rein, ihr tollen Mamis? Oh. Sicher, dass du nicht am Nest auf der anderen Seite klauen warst? Oh. Brauche ich ja bald beide Hände bei euch hier. Gut, ich beeile mich. Schatzi kommt gleich wieder. Okay. Ui, gucke. Wer so groß ist, der ist auch dreistellig. Hallo, Mickey Maus. Und so eine coole Frisur. Oh, ist du eine schick Frisur. Ja. So. Wen haben wir denn hier, bitte? Danke. Was möchte denn das PX? Quark willst du machen? Ne? Keinen Quark machen. So. Ich eile wieder. Schnell ein Foto. Erstmal Zahl merken. 1,08. Okay. Prixi, du weißt, ne? Nur gucken, nicht anfassen. Willst du auch mal auf die Waage? Können wir machen, wenn du willst. Aber jetzt ist erstmal Zwergenwiegen dran. Oder geh rauf. Ne, doch nicht? Gut. Jo, Pili. Wieder da. Quark, quark. Ist sowieso eine Ente geworden. Quark. Pili, eine Ente geworden. So, einmal tauschen. Schwuppsti, wuppsti. So. Hallo, Riesen-Mini-Baby Nummer 2. Grüß dich, Sopi. So. Und ich muss, glaube ich, gar nicht nach deinen Augies fragen, ne? Ne. Da sind sie. Alle beide. Gucken. So. Auch wir kommen gleich wieder, mein Schatz. Du, süße Zwerginmaus Nummer 2. Schwuppsti, wupps. Du, passt noch ein bisschen in meine Hand rein. Willst du ein Kacki machen? Auf mein Bein? Irgendwo hin? Ja, nein, vielleicht? Vielleicht. Gut. So. Gina macht schnell die Waage fertig. Und Einsteigung. Schwuppsti, wupps. Okay. Du bist eine 73 heute. Du bist noch zweistellig. Und das Pixelchen ist hier schon wieder dicht dabei. Ja, 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 ja. Pixel, nur gucken, nicht anfassen, ne? Das weißt du doch. Du Frechdachs. Bist du wieder ein Neugier? Ja? Okay. So. Du kleiner, süßer zweiter Stoppelkopf. Machen wir auch schnell noch ein Foto, ne? Oh, so schöne Augen. Zeig, andere Seite. Mh, coole Sache das. Gut. Ich beeil mich. Und du? Was machst du? Klotzen, klotzen, klotzen. Klotzer Nummer zwei. Ah, unglaublicher Vorfall. So, Nummer zwei kommt zurück. Achtung, Sobi kommt. Quack, quack. Ja, ein kleines Hallo-Quack-Quack für Sobi. Super. Quack, quack. Quack, quack. Jetzt hast du tolle, tolle Babys hier. Super tolle Babys. Okay. Gut. Habt ihr noch? Habt ihr noch? Habt ihr noch? Okay. Tschüss, tolle Mama. Bis bald. Ihr auch tolle Babys. Auch bis bald. Bis bald.